So, da sind wir schon bei Aufgaben Nummer 3, nämlich lande bei einer heruntergekommenen Heldenvilla und einem verlassenen Schurkenunterschlumpf. So, das Ganze versuchen wir in Battle Royale, ach Battle Royale sei schon, Gruppenkeile zu machen und wir versuchen das Ganze in einer Runde zu machen. Und gucken, ob es funktioniert, weil der Weg ist nicht so leicht, sag ich jetzt mal. Aber wir versuchen es einfach mal. Und ich weiß auch nicht, ob es reicht, ob wir da landen und ob wir dann jeweils nochmal da landen müssen oder ob es reicht, wenn wir nur hingehen. Müssen wir halt jetzt einfach mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Ansonsten müssen wir halt zwei Runden machen, aber das sehe ich halt dann, wenn wir da gelandet sind, spreche ich dann einfach da das Video dann ab und zeige euch, hier müsst ihr landen. Ich denke mal, das müsste ja dann auch reichen. Dann muss ich halt selber nochmal gerade Solo da reinspringen und dann wieder quitten. So, wir müssen einmal, hier ist die Heldenvilla. Tja, und das ist genau auf der anderen Seite. Das wird safe nicht funktionieren. Die Heldenbilder ist wie gesagt da. Und da gegenüber ist die Schurkenbasis quasi einmal so und einmal so. Müssen wir jetzt einfach mal wirklich gucken, ob wir da vielleicht noch ein Board finden oder irgendwas. Das Problem ist mit den ganzen Fortbewegungsmitteln, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob wir an der Bahn bohrt sind. Ich meine, irgendwie ruckelt heute mein ganzer, entweder der Rechner ruckelt oder die Surfer sind einfach leicht überlastet heute. Ich glaube nicht, dass hier ein Board ist. Ich bin aber, ich habe keine Ahnung, weil ich hier nie gelandet bin. Aber wir können eigentlich, ich muss gleich mal gucken, wo die Zone ist. Jetzt sind wir einmal hier gelandet. So, ich muss jetzt mal hier oben die Kiste holen. Aber ich habe eine andere Idee. Ich muss mal gucken, ob es funktioniert, wie ich mir jetzt denke. Dafür müssen wir wissen, wie die Zone gefallen ist. Zack. Ich glaube, dass ich nur ein bisschen was dabei habe. Na gut, dann. Obwohl, der stimmt auch schon mal mit. So, die Zone ist da. Doch, ich probiere es jetzt. Zack. Einmal sterben, bitte. Weil ich bin jetzt ganz rechts. Mal gucken, eigentlich müsste ich es schaffen, in der Zeit bei Snobby hinzugehen. Da, wo der Einzelne von uns vom Team ist. So. Das hört man die Frage, muss ich da landen oder nicht? Oder reicht es auch, wenn ich vorbeigehe? So, da müssen wir hin. Ja, es wäre natürlich gut, wenn ich direkt auf dem Baum da gelandet wäre. Beziehungsweise auf dem Berg. Aber, warte mal, hier hoch. Ja, wir finden noch eine schneidere Lösung. Ich muss schon ein paar Mets mitholen, weil ich mir 100 pro da Rampe bauen muss. Zack, 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 schneller. Ja, so, hier einmal hoch. Auch wenn ich mich gerade eher entferne. Hier muss ich nämlich hin. Ah. Glück gehabt. Oh, die Zone kommt schon. Aber, warte mal, hier. Ey, da sind keine Boards, glaube ich. Wann da Boards drin? Nee, hier sind keine. Na, der hat das Ding losgelassen. Ah, jei, jei. Die Aufgabe wird nicht einfach sein in einer Runde. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Das ist halt noch fast ein Viertel der Map, ey. 1000 Meter. Ah, wie heißt es so schön, nur wer mag, der gewinnt. Eigentlich muss ich schon direkt versuchen, hier so hoch wie möglich. Das hat's vollgebracht. So, hier werde ich aber komplett hochkommen. Das Problem ist, ich muss ja noch auf den Berg. Noch zusätzlich. Jetzt wird es schon deutlich schneller. Eieieieiei. Gehen kleiner Zwischenstopp. Da krieg ich nochmal Met aus der Kiste. Ja, oder auch nicht. Ja gut, die 76 Leben, die helfen mir natürlich jetzt auch nicht. Gott wirklich. Ja, das merkt man schon, dass ich das Ding nie benutzt habe. Wann, 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 wann. Ja, die ist jetzt schon nicht mehr in der Zone. Ach man. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Blink ist halt die Met, das ist mein Problem und die Zone. 300 Meter noch. Ich versuche noch höher zu kommen. Die Frage ist halt, wie nah muss ich ran. Und wie schnell bekommen wir Schaden. 106, wo ich die zwei Bäume abhaue. Ah, ich muss schneller runter. Noch eine Zeit. Ah, bau dich doch da hoch. So, noch Netz sparen. Zack, zack, zack. Na, das wird so knapp. Oh Gott, hier kann ich auch neben nicht hoch. Oh, oh. Ich werde es nicht schaffen. Ich denke nicht. Also wir probieren es jetzt entweder, oder? Ich weiß nicht, ob ich ganz... Oh, jetzt fang ich hier nicht an zu ruckeln. Zählt's? Es zählt nicht. Also, ihr müsst zwei Runden spielen. Also in einer Runde ist es nicht machbar. Also, Match verlassen. Dann zeige ich euch das gerade noch mal, wenn ich da direkt runtergehe. Dann, babababam. Das ganze Marsch dann solo. Heiei, hei, hei. Ganzer Weg umsonst. Also, wie gesagt, ihr müsst zwei Runden spielen. Einmal da landen. Dann in der nächsten Runde da landen. So, zack. Direkt herein. So, und wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, und ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo dalassen. Weil, wie gesagt, 75% meiner Aufrufe sind nicht von Abonnenten. Ich hoffe, das kriegen wir vielleicht noch ein bisschen gedrückt. Und wie ihr seht, ich versuche euch wirklich zu helfen. Also, wenn ihr auch nicht am Kommentar schreibt, und ihr habt irgendein Problem, schreibt euch rein. Ich werde euch definitiv helfen. Wenn ich selber die Lösung nicht weiß, dann google ich für euch die Lösung. Also, irgendwie finden wir da immer eine Lösung. So, 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 komm, gib schnell Gas. Komm, auf. Tone, Tone macht nett. Es wird zwar jetzt die Hölle los sein, weil es die Prestigeaufgabe dann nämlich anscheinend auch ist, und da müsst ihr die Kisten öffnen. Aber dazu später dann mehr. So, das ist halt schon blöd, dass man da zweimal landen muss, aber es soll ja auch nicht zu einfach sein. Den Skin habe ich auf meinem anderen Account. und, so, So, wir fliegen direkt raus. Ich denke mal, so sollte es dann auch klappen, oder? Jetzt weiß ich nicht, ich hoffe das reicht wenn ich da unten lande, ich weiß nicht ob ich oben oder unten landen muss. Dass wir hier safe nicht alleine landen ist klar. Ah hier reicht schon mal. Was ist das am Längen ist hier ey. So denn. Woll ich grad die Wand hinsetzen war zu spät. Naja da war jetzt zu erwarten. Wie gesagt ich versuche hier auch nicht irgendwie was zu reißen. Für gutes Gameplay gibt es die eSportler. In dem Sinne würde ich sagen ich hoffe ich konnte euch damit schon mal helfen. Und wie gesagt gerne ein Like da lassen. Abo da lassen. Wenn ihr Fragen habt schreibt es in die Kommentare. In dem Sinne grad gucken was es für eine Belohnung gibt. Ich bin immer zu schnell mit dem Abspann. Gucken ob es auch gezählt hat. Also in dem Sinne haut rein.